Einen wunderschönen guten Tag hier auf dem YouTube-Channel Aureum Victoria. Mein Name ist Felix und im Normalfall nehme ich ja sehr viele Krypto-Themen durch. Jetzt wurde ich aber gefragt, habe ich ein Aktiendepot? Und ja, ich hatte mir tatsächlich eins erstellt. Und das will ich jetzt auch mal vorstellen. Soll auch eine kleine Serie werden, vielleicht mal alle drei Monate oder sowas. Was habe ich gekauft, was habe ich verkauft? Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich. Wie gesagt, das hier ist keine Anlageberatung oder irgend sowas. Im Endeffekt auch keine Werbung, obwohl ich Anteile jetzt in dieser Firmen habe. Einfach nur meine Meinung. Also jeder handelt für sich selbst. So, jetzt gehen wir aber auch schon mal in mein Depot. So, da sind wir schon in mein Depot. Und was sehen wir hier? Ich habe aktuell 6.774 Euro auf dem Konto. Habe 113 Euro plus gemacht währenddessen. Und ich habe mein Depot bei der Postbank. Liegt einfach daran, dass ich dort auch mein Geschäftskonto habe und kostenlos hin und her schieben kann. Und außerdem jeder Kauf nur 10 Euro kostet und jeder Verkauf 10 Euro. Und der Rest ist alles komplett kostenlos. Ist für mich ziemlich cool, weil ich eh nur 500 bis 1000 Euro pro Kauf ausführen werde. Ja, wofür ist mein Konto gedacht? Mein Konto ist eigentlich tatsächlich für die Rente gedacht. Als Sicherheit, falls Krypto tatsächlich komplett nach unten geht. Liegt einfach dran. Ich bin selbstständiger. Und natürlich zahle ich nicht in die gesetzliche Rente ein, weil es einfach dämlich wäre, es nicht in Aktien oder irgendwas reinzuhauen. Deswegen ist es aktuell relativ konservativ, in was ich so investiert habe. Und ich habe das übernommen, was ich bei Krypto mache. Ich kaufe mir kleinere Stücke bzw. für sehr wenig Geld immer meine, sagen wir mal, Watchlist zusammen. Dass ich die im Überblick habe und dass ich eine Aktie bzw. einen Coin davon habe, sollte der doch mal tatsächlich abgehen. Und das habe ich hier auch durchgezogen. Ich werde die auch wahrscheinlich behalten und nicht mehr verkaufen, weil es entstehen für mich keine Kosten im Endeffekt hier bei der Postbank. Also werde ich die einfach hier drin lassen. Die werden halt dann nur einen winzigen Teil meines Portfolios einnehmen. Ja, aber zuerst zeige ich euch mal, in was habe ich überhaupt investiert. Wir können hier mal die Depotauswertung einblenden. Und zwar 100% Einzelaktien. Ich habe keinen Bock auf ETFs, weil da hast du irgendwelche Firmen drin, die was meistens nicht so geil sind. Und klar, es heißt dann immer, man kann den Markt nicht schlagen. Klar kann man den Markt schlagen, man kauft einfach eine Microsoft-Aktie, dann schlägt man meistens den Markt. Ja, deswegen Einzelaktien mal ganz blöd gesagt, weil ich auch Bock habe, mich da ein bisschen reinzufuchsen. So, was kann man hier noch sehen? Asset-Klasse ist im Endeffekt dasselbe. Aktien und Aktienfonds im Endeffekt. Ja, die Länder sind vielleicht ganz interessant. Hauptsache nämlich USA, bin ich großer Freund davon. Amerikanische Unternehmen sind meistens einfach weltweit mittlerweile. Ja, ein bisschen was Panama muss man sagen. Einfach die Steueroase schlechthin, wie man es bekannt oder wie man es kennt. Dann ein bisschen Großbritannien, beziehungsweise 7,3% ist schon ordentlich eigentlich. Und Bundesrepublik Deutschland natürlich auch noch ein, zwei deutsche Firmen. Aber die meisten deutschen Firmen sind einfach nicht so geil. Komme ich aber später nochmal drauf zu sprechen. Aber die Branchen sind eher interessant, würde ich behaupten. Und zwar hauptsächlich Getränkeherstellung. Als zweites Restaurants, Kaffees, Eis, Imbissbuden etc. Ein bisschen Bürozeug. See- und Küstenschiffe ist auch eine sehr interessante Aktie, die man sich anschauen sollte. Softwarehäuser, Finanzdinge im Endeffekt, sonstige Finanzinstruktionen, Gewinne aus Erdöl. Ja, jetzt schauen wir uns die Aktien doch mal einzeln an. Vorher aber noch, wann habe ich das Konto erstellt? Und zwar habe ich hier angefangen, am 21.04. meine Watchlist zu machen mit 500 Euro. Habe erstmal geguckt, ja, in was könnte man investieren. Habe dann am 24.04.6000 Euro reingehauen mit einmal und habe mir ein paar Aktien gekauft. Ja, aber jetzt zeige ich euch mal die genau, wie viel ich genau gekauft habe, was die wert sind. Und wo vielleicht so meine Watchlist noch ist, Deutsche Post AG, bin ich mir unsicher, um ehrlich zu sein. Ob ich mir die kaufen soll, ist aktuell auf der Watchlist, ist natürlich ein sehr sicheres Unternehmen, muss ich sagen. Deutsche Post wird es wahrscheinlich immer geben, ist jetzt einfach mal so meine Behauptung. Auf der anderen Seite, man sieht schon, es ist wirklich nichts, was gewinnbringend ist. Aber aktuell im Crash zu kaufen, wäre vielleicht noch eine Option. Die schütteln schöne Dividende aus, muss man sagen. Und das auch relativ sicher, ist halt von der Kursentwicklung echt nicht so geil. Werde ich mir also nochmal überlegen, bleibt aber auf der Watchlist. Lufthansa. Ja, was soll man zur deutschen Lufthansa AG im Endeffekt sagen? Flugzeuge müssen eigentlich fliegen, um ehrlich zu sein. Wir können nicht alles einstampfen, deswegen denke ich eigentlich auch, dass die wieder hochkommt. Das Problem ist, das hier gefällt mir auch überhaupt nicht. Die haben jetzt auch hier die Dividende komplett abgesagt dieses Jahr. Und ja, was soll ich dazu eigentlich noch sagen? Seit 2018 sind wir hier eigentlich sinkend. Aktuell auf 8 Dollar der Kurs. Sind es 8 Dollar? Ne, 8 Euro der Kurs. Werde ich wahrscheinlich nicht kaufen, muss ich ehrlich sagen. Bleibt aber die zwei Aktien in meinem Portfolio. Ja, weiter geht's. Hugo Boss, die Modemarke im Endeffekt, sollten bestimmt einige ein bisschen Kleidung davon haben. Finde ich ist eigentlich eine coole Marke, besonders unter Jugendlichen sehr angesagt. Das Problem ist, die ist eigentlich von der Wertentwicklung her, kannst du die auch in die Tonne treten, muss man mal so blöd sagen. Und solche Hype-Marken haben natürlich immer das Problem, die sind halt nicht so geil auf Dauer. Werde ich wahrscheinlich auch erstmal nicht kaufen, bleibt aber weiterhin in meiner Watchlist. Finde ich immer noch interessant, so als Geschäftsmodell. Aber ich denke nicht, dass es als langfristige Investition, was wird bei einer Hype-Marke sozusagen, auch wenn sie sich schon etabliert hat. Das nächste auf meiner Watchliste ist die Bayer AG. Im Endeffekt im Gesundheitssektor, muss man sagen. Aktuell habe ich hier eine Aktie von, ja, 60 Dollar etwa. Und ich habe tatsächlich schon eine Dividende bekommen innerhalb von zwei Tagen von, ich glaube, 2,50 Dollar oder sowas. Äh, beziehungsweise 2,50 Euro waren es oder sowas. Ja, über die letzten fünf Jahre sehr, sehr stark sinkend war rum. Im Endeffekt, Glyphosat sollte vielen von euch bestimmt ein Begriff sein. Die haben ja damals die Firma aufgekauft, dann kam das raus mit krebserregenden Stoffen. Dann hatten die eine riesen Klage am Hals. Ich glaube, die haben sie jetzt noch am Hals. Und vor ein paar Tagen, ich glaube, vor einer Woche oder so, wurde der CEO im Endeffekt rausgeschmissen und ein neuer rein. Von daher denke ich, dass das bald wieder nach oben geht. Und man muss mal sagen, ähm, für so eine große Firma, 50 bis 60 Euro, der Kurs, ist echt eigentlich ein guter Preis. Man sollte hier mal ein bisschen noch recherchieren, würde ich sagen. Das werde ich definitiv noch machen. Ob da noch ein paar Klagen jetzt im Raum sind, wenn ich die kaufe, werde ich bestimmt noch mal ein Video dazu machen. Ja, gibt es im Endeffekt nichts weiter zu sagen. Royal Dutch Shell im Endeffekt. Ja, Shell, die Shell-Tankstellen sollen vielen von euch ein Begriff sein. Man muss sagen, Shell war immer so eine wunderschöne Dividenden, ähm, ja, Dividendenpapieraktie. Ja, die letzten fünf Jahre eigentlich immer konstant geblieben. Da gab es nicht viel an Gewinn vorzuweisen. Dafür aber eine Dividende von fast 10%, glaube ich. 8 bis 10% oder so. 60% wurde die jetzt gesenkt. Also war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Dividende da. Und man muss sagen, ähm, im Endeffekt ist das relativ sicher. Erdöl-Förderung und Tankstellen. Aktuell sind wir noch lange nicht beim E-Auto oder irgendwie sowas. Und selbst dann brauchen die Entwicklungsländer noch Öl und Tankstellen und Verbrennungsmotoren. Ja, von daher denke ich, das wird noch ein Stück weiter gehen. Werde ich definitiv nachkaufen. Ich bin mir sicher, der Ölpreis wird sich wieder früher oder später, ähm, rentieren. Und Shell ist ja im Endeffekt schon, ähm, hat ja beziehungsweise schon Abnehmer durch ihre eigenen Tankstellen. Haben auch ein bisschen Erdgas und ein bisschen erneuerbare Energien. Von daher denke ich, das wird was werden. Und jetzt nicht zu kaufen ist in meinen Augen ein bisschen blöd, wenn man das nicht macht. Aber ich kann verstehen, die Leute, die was sagen. Na, ist mir jetzt ein bisschen riskant. Würde ich nicht machen. Ja, das nächste ist die RTL Group. Und zwar, ähm, Fernsehen kennt im Endeffekt jeder wahrscheinlich RTL. Und was da so dranhängt, hier, man kann es sehen, TV und Radio in Luxemburg. Ist um 6, äh, um 63% gefallen. Man kann hier sehen, die letzten 5 Jahre geht es steil nach unten. Woran liegt das? Na, ganz einfach. Im Fernsehen wird weniger gezahlt für Werbeeinnahmen. Und damit, ähm, sinken die Sender im Endeffekt, äh, beziehungsweise sinken die Klickzahlen zusätzlich noch. Und, ähm, ja, die Einnahmen schwinden einfach dadurch weniger Zuschauer. Heißt, du kriegst weniger Einnahmen. Die Leute sind eh nicht mehr, äh, also die Firmen zahlen eh nicht mehr so viel für Fernsehwerbung. Von daher sinkt natürlich der Gewinn. Ich denke aber langsam, dass wir eine Bodenbildung erreicht haben, was Fernsehen angeht. Weil man muss sagen, ähm, Assi TV, sowas, was RTL nun mal produziert, schauen nun mal die Leute an, explizit die Leute, die was halt vorm Fernsehen hocken. So traurig, wie das ist. Außerdem tun, haben die mittlerweile, ähm, mehrere YouTube-Channel, die was echt gut laufen. Mit über 2 Millionen Klicks. Das heißt, da kommt richtig Kohle rein. Und ich hab gehört, so eine Fernsehserie, also so eine Folge zu produzieren, kostet knapp 1000 Euro. Und das ist nun mal fast gar nichts, weil die Leute dort ausgebeutet werden, wie sonst was. Äh, sprich ein 1000 und 10.000, je nachdem, was da ist. Und, ähm, ich verlinke euch einfach mal unten ein Video, wie so eine Folge wirklich entsteht. Ist echt lustig anzuschauen, könnt ihr euch echt mal geben. Äh, ganz im Ernst, die Folge ist sowas von traurig. Aber für eine Dividende eigentlich echt geil mit über 10%. Auch im Normalfall, äh, ich weiß nicht, ob die jetzt gesenkt wurde oder nicht. Muss ich mir dann auch mal angucken, ob ich die dann noch nachkaufe. Aber für die Zukunft, denke ich, sieht's für RTL tatsächlich relativ rosig aus, muss ich sagen. Bin ich gespannt. Aber wie gesagt, aktuell noch auf meiner Watchliste. Karneval, ja, was ist Karneval? Karneval ist mein kleines Schätzlein, um ehrlich zu sein. Die Aktie, worauf ich sehr, sehr viel gebe, werde ich definitiv nochmal nachkaufen. Aber definitiv auch meine risikoreichste, die, was ich überhaupt habe im Portfolio. Ja, was macht Karneval? Wir können mal reingucken hier in das, ähm, Wertpapieranalyse. Ja, die Karneval Cooperation ist um 70% gefallen die letzten 5 Jahre. Das lag aber hauptsächlich daran, ähm, hier von in den letzten paar Wochen im Endeffekt, beziehungsweise Monaten ist es ja mittlerweile, wo Corona ausgebrochen ist. Karneval macht Kreuzfahrt, ähm, beziehungsweise besitzt Kreuzfahrtschiffe und macht die großen Kreuzfahrten und war eins der ersten Kreuzfahrtschiffunternehmen weltweit, wo der Coronavirus ausgebrochen ist. Und damit stand das natürlich erstens schlecht in den, ähm, in den Börsen da, beziehungsweise in den Nachrichten. Und zusätzlich waren es die ersten, die was im Endeffekt ihre ganzen Schiffsfahrten einstellen mussten und sind natürlich damit richtig auf die Fresse gefallen im Endeffekt, wenn man das mal so sagen kann. Ja, warum habe ich das trotzdem gekauft? Erstens, ein Kursverlust von circa, äh, sagen wir mal 60, beziehungsweise 50 Dollar auf 11 bis 13. Ist natürlich gewaltig, muss man mal sagen. Wenn das wieder nach oben geht, ist das fast eine Vervierfachung, beziehungsweise eine Vervünffachung. Und man muss bedenken, die zahlen auch richtig gut Dividende jedes Jahr aus, beziehungsweise mehrmals im Jahr, glaube ich. Und Kreuzfahrtschiffe sollen in zwei Monaten spätestens auch wieder fahren können. Wir haben scheinbar die Krise jetzt überstanden, zumindest zu Medien und Politiker. Ob das wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Aber wenn die wieder fahren, dann geht das ganz schnell wieder nach oben. Saudi-Arabien hat in einem Staatsfonds darin investiert. Ich glaube, 8% haben die gekauft vom Unternehmen. Damit sind natürlich die Schiffe, ähm, ja, gehören sozusagen dann denen zum Teil. Die sind damit abgedeckt. Aber ich denke trotzdem, dass es soweit nicht kommen wird. Solche Leute investieren auch nicht einfach blind in die Projekte, beziehungsweise so Staatsfonds. Von daher denke ich, dass das auf jeden Fall eine gewinnbringende Sache sein wird. Und lass es 30 Dollar wieder erreichen oder was. Dann ist es halt, ähm, nur ein bisschen mehr als 60, äh, mehr als 120%. Von daher stört mich das jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht. Ist auf jeden Fall eine Firma, wo ich wirklich dran glaube, ist die größte, äh, man sollte es noch sagen, ist größer als AIDA und so. Also denen gehört, glaube ich, 60% insgesamt der weltweiten Kreuzfahrtschiffe. Von daher Monopolstellung schon fast. Deswegen denke ich, solche Dinger werden nicht untergehen. Die Leute fangen jetzt tatsächlich an, Kreuzfahrtschiffe zu lieben. Selbst in meiner Bubble, sage ich mal, der Jugendlichen, gehen manche schon auf Kreuzfahrtschiffe und nicht mehr nur alte Rentner. Von daher denke ich, dass das tatsächlich, ähm, besonders jetzt in unserer, ähm, industriellen Zeit gefragt hat, denn je sein wird, mal auf so ein Kreuzfahrtschiff zu entspannen. So, geht's aber auch schon weiter. Und zwar, das nächste ist Apple. Zu Apple brauche ich wahrscheinlich nichts sagen. Die Handyhersteller, schlechthin, habe ich 1.112 Euro investiert. 4 Aktien zu je 280 Euro im Endeffekt, sind 10% schon gestiegen. Auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Kursentwicklung. Apple ist wirklich, wenn man es so will, ein konservatives Unternehmen. Also, wenn man rein investieren will, ähm, die stellen ja Computer, Hardware, Handys, Cloud. Die sind ja wirklich in allem drin. Die letzten 5 Jahre 136% gemacht. Trotz sinkender Handyverkäufe. Man sieht, die haben hier öfters mal im Endeffekt einen Crash drin. Und die kennen sich damit auch aus. Der geht jetzt mit Sicherheit steil nach oben. Ende des Jahres kommt ja das neue iPhone schon raus. Selbst wenn nicht so viele da verkauft werden, ist das für mich überhaupt nicht schlimm. Die Leute benutzen die Cloud. Ich bezahle jeden Monat einen Euro an die Cloud dafür, dass meine Fotos da gespeichert werden. Sehr viele Leute arbeiten mit einem Mac. Einfach, weil es für die Arbeit viel besser ist. Und dieses Gesamtsystem stimmt. Und diese Einheit im Endeffekt, die was Apple bildet, ist genial. Muss man einfach mal so lassen. Man kann Apple lieben oder hassen, aber man muss ihnen zugestehen, sie wissen, wie sie die Leute an sich binden für immer und ewig. Wer ein Apple Handy hat, wird fast nie sagen, es ist bedeutend schlechter als ein Samsung Handy. Außerher hat es nach zwei Tagen fallen gelassen. Ja, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Sorry. Ja, was habe ich als nächstes? Coca-Cola, auch ein sehr konservatives Unternehmen im Endeffekt. Darunter fällt ja sowas wie Monster, glaube ich, mit Coca-Cola, Fanta und, und, und. Also amerikanisches Großunternehmen schlechthin, was ich definitiv auch sehr stark konsumiere. Und auch einfach als Jugendlicher trinkst du einen ganzen Haufen Cola oder als Kind, muss man ja mal so sagen. Hat aber nur eine Wertentwicklung von plus 11 Prozent. Liegt einfach dran, die sind schon sehr, sehr groß, gibt aber eine schöne Dividende, muss man sagen. Und die letzten fünf Jahre hat sich das dennoch sehr gut entwickelt. Und wir haben hier diesen großen Crash, der was die letzten fünf Jahre im Endeffekt einfach wieder komplett zurücksetzt. Und wenn wir wieder auf diese 60 Dollar kommen, von 50 oder von 40, ich denke, wir werden jetzt noch ein bisschen sinken. Cola hat es ja doch ein bisschen getroffen. Die mussten ja doch einiges zumachen, muss man ja mal sagen, wegen Corona. Aber die Leute konsumieren Coca-Cola genauso wie vorher und gerade noch mehr jetzt in der Krise. Wenn ich jetzt überlege, wie viel Fanta und Cola ich hier stehen habe, weil ich einfach nicht mehr raus kann, um was anderes zu trinken oder so unterwegs. Und hier nur vom Rechner hock. Ja, ganz blöd gesagt. Ich denke nicht, dass das Unternehmen irgendwann untergehen wird. Ich denke, meine Kinder werden noch Coca-Cola trinken. Dasselbe wird auch für das nächste Unternehmen gelten. Und zwar, das nächste Unternehmen ist einfach mal McDonald's. Ich überspringe jetzt einfach hauptsächlich mal, weil es hier einfach passt. McDonald's ist ja schlechthin die Imbiss-Fressbude, die was es gibt. Beziehungsweise auch das Immobilienunternehmen, wenn man es mal so nimmt. Ja, habe ich aktuell acht Aktien mir erstmal geholt. Geht so je 170 Euro. Wie sieht es mit dem Aktienkurs aktuell aus? Ja, McDonald's steigt und steigt und steigt, muss man mal sagen. 80 Prozent, beziehungsweise fast 90 Prozent die letzten fünf Jahre auf die Aktie. Und man muss aber dazu sagen, aktuell sind wir hier im Crash. Und die ist nochmal um, sagen wir mal, 25 Prozent gefallen. Aktuell vorher um fast, ja, ein bisschen weniger als 25 Prozent. Tiefpunkt etwa 25 Prozent. Jetzt aktuell noch vielleicht 20, 15 Prozent oder sowas. Aber wir sehen, die steigt weiterhin. Explizit damals gestiegen wegen diesen 1-Euro-Menüs in den USA, wo es für viele ärmere Familien einfach günstiger war, auch natürlich hier in Deutschland und anderen Ländern, zu McDonald's zu gehen, als zu Hause sich selbst irgendwas zu machen. Und ich denke, McDonald's wird die Preise halt jetzt immer weiter noch ein bisschen anziehen in den Ländern, wo es, wo die Wirtschaft gut ist, wo es den Leuten gut ist. Und natürlich sind die auch jetzt in Indien oder sowas, was wirklich noch Entwicklungsländer sind. Dort wird immer weiter exportiert. Es schießen so viele McDonald's im Endeffekt nach oben. Ich denke, das ist auch eine Aktie, die was es immer geben wird, mal ganz blöd gesagt. Selbst gehen wir mal davon aus, McDonald's wird jetzt, beziehungsweise die Welt wird vegetarisch. Na und, dann serviert McDonald's halt Veggie-Burger oder sowas. Die wissen schon, was sie verkaufen. Die haben es immer gewusst bisher. Da habe ich tatsächlich überhaupt keine Bedenken. Ja, eins der Unternehmen, das, was ich hier übersprungen habe, ist H&M. Und man muss einfach mal sagen, das ist schwierig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Zu H&M rennen wirklich sehr, sehr viele Leute. Aber es ist halt so ein bisschen der Billighersteller für Kleidung. Und es rennen trotzdem immer weniger Leute dorthin. Wir haben mehr Geld, wir gönnen uns Markenklamotten und alles. Und man muss mal ganz blöd sagen, H&M geht es wirtschaftlich nicht wirklich gut hier. Wir haben hier minus 70 Prozent Prognose-Dividende gestrichen. Und die letzten fünf Jahre sinkend. Aktuell aber bei einem Kurs von 2,50 Dollar, da kann man schon überlegen, haben wir langsam den Boden erreicht oder wird H&M pleite gehen, früher oder später? Und um ehrlich zu sein, ich denke eher, dass es H&M früher oder später wieder besser geht, wenn die Leute einfach nicht mehr nur Markenklamotten kaufen, wenn die Leute wieder normale Sachen kaufen. Und ich muss ja mal sagen, H&M hat ja eigentlich auch relativ gute Sachen. Ist zwar Einzelhandel und alles. Und ja, bin ich mir nicht sicher, werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Bleibt aber trotzdem mal auf meiner Watchliste. Vielleicht klicke ich mal 100 Euro an, vielleicht mal 500 Euro. Werden wir schauen. Finde ich aber jetzt nicht so interessant. Dann doch lieber RTL oder sowas. Ja, das nächste ist einfach der wahrscheinlich Platzhüter schlechthin, Microsoft. Was soll ich zu Microsoft noch sagen? Ich habe drei Aktien aktuell gekauft zu je 160 Euro. Und wir können mal reingehen, wie die Kursentwicklung ist, weil die ist einfach bombastisch. Microsoft zieht natürlich den S&P 500 in die Höhe fast 300 Prozent in den letzten fünf Jahren. Und da haben wir jetzt noch aktuell hier den Crash. Man muss mal sagen, wer hier gekauft hat, der hat wirklich richtig gut Geld gemacht. Und ich denke auch hier diese Höchstspitze, die wird jetzt noch weitergehen. Microsoft macht jedes Jahr mehr Gewinn. Explizit auch wieder, wenn die Entwicklungsländer jetzt mehr Technik bekommen. Deutschland hat das Homeoffice und alles jetzt nach vorne gebracht. Jeder braucht im Endeffekt eine Office-Lizenz, eine Windows-Lizenz. Und der einzige wirkliche Konkurrent ist Apple. Und ganz im Ernst, Apple ist kein Konkurrent für Microsoft, mal ganz blöd gesagt. Klar, die Handys und die Microsoft-Handys sind gefloppt. Aber ansonsten macht Windows nun mal nichts vor. Und auch Apple ist da bei Weitem noch hinterher, was die Anwendung von Microsoft Windows so angeht. Von daher, definitiv werde ich hier noch nachkaufen. Ich denke, hier werde ich mein Portfolio auf 10.000 Euro oder sowas noch aufstocken über die Zeit. Liegt einfach dran, weil das das sicherste Unternehmen ist, das was es gibt, meiner Meinung nach. Solange jetzt kein irgendwelches Indie-Studio kommt und den nächsten richtig geilen Computer erfindet. Aber ich denke, selbst dann kauft Microsoft die einfach auf für ein paar Milliarden. Ja. Wie geht es weiter? Weiter geht es mit PepsiCo. Das heißt Pepsi, Cola, Chips. Was gibt es noch? Rockstar Energy fällt darunter. Ja, habe ich richtig investiert, muss man mal sagen. So für einen Einmalkauf, 9 Aktien zu je 120 Euro. Insgesamt 1.101 Euro. Ja. Und wie sieht denn so die Prognose aus? Beziehungsweise nach was bin ich denn hier gegangen? Ganz einfach. Ich konsumiere auch wieder hier Pepsi. Ich esse die Chips. Ich trinke auch mal ein Rockstar Energy. Besonders wenn wir unterwegs sind. Man kennt die Mischgetränke in der Disco oder so. Mal ganz blöd gesagt. Das geht auch mit Rockstar und ähnlichen und nicht nur mit Red Bull. Und Red Bull ist ja leider kein börsenorientiertes Unternehmen. Sonst würde das auch wahrscheinlich alles abhängen. Mal ganz blöd gesagt. Liegt einfach daran, dass bei der Getränkeherstellung die Getränke für ein paar Cent produziert werden und relativ teuer verkauft. Und hat auch eine ordentliche Dividende. Die letzten 5 Jahre hier, wenn man uns das mal anguckt. Ein stetig steigender Kurs mit Auf und Abs. Man kennt es ja im Endeffekt. Es gibt immer mal wieder ein paar Probleme. Aber im Grunde steigt das ziemlich heftig. Wurde wirklich sehr stark abgestraft. Einfach nur dafür, dass Corona da war. Hat sich dann aber auch wieder sofort erholt im Endeffekt. Ja, dazu brauche ich eigentlich meiner Meinung nach nicht viel sagen. Auch ein wirklich gutes Unternehmen. Und das letzte ist Visa. Visa habe ich einfach mir geholt. Liegt daran, dass es bei den Kryptokarten gibt. Und es gibt so viele reiche Krypto-Enthusiasten, die was? Ihre Kryptos tauschen und dann gegen Euros im Supermarkt im Endeffekt eintauschen wollen. Und damit was zu bezahlen. Und ich denke, das wird definitiv Visa nochmal einen Bonus geben. Aber ich denke auch, dass die Entwicklungsländer und Deutschland und alles, wie es jetzt anzieht, das bargeldlose Bezahlen einen riesengroßen Schub bekommt. Weil jetzt viel mehr Leute mit Kreditkarte zahlen. Und viel mehr Leute auch bemerken, dass sie mit Karte viel einfacher bezahlen können. Mal ganz blöd gesagt. Deswegen denke ich, ist da ein riesengroßes Wachstumspotenzial einfach da die nächsten Jahre. Und ich denke, dass wir das hier die nächsten fünf Jahre einfach noch übertreffen. Mastercard habe ich mir jetzt nicht geholt, muss ich sagen. Gefällt mir nicht so gut wie Visa. Oder auch wenn man da vielleicht nicht so emotional rangehen sollte. Vielleicht kaufe ich mir einfach beides. 50-50 oder so. Muss ich noch gucken. Werde ich bestimmt auch ein Video dazu machen, wenn ich mich dazu entschieden habe. Ja. Was soll ich noch sagen? Johnson & Johnson werde ich mir vielleicht noch holen. Ein paar Tabak-Aktien werden in Zukunft noch kommen. Aber dazu kommen definitiv noch Updates. Jetzt aber nochmal das ganz Wichtige. Was für eine Art Depot war das überhaupt? Und zwar habe ich darauf geachtet, dass ich von jeder einzigen Aktie erfasst eine Dividende bekomme. Entweder haben die eine Dividende vor kurzem ausgeschüttet. Oder in Zukunft ist geplant, da wieder eine Dividende zu zahlen. Das heißt, es kann sein, dass jetzt Lufthansa mal keine Dividende mehr ausschüttet, weil es denen nicht gut geht. Und bitte, das sollen die Unternehmen auch machen. Ganz im Ernst, mir ist das doch vollkommen egal, ob ich mal ein Jahr keine Dividende bekomme. Und dafür, dass Unternehmen im nächsten Jahr wieder sein Geld wert ist, statt pleite zu gehen und ich verliere mein Geld. Also bitte, Unternehmen, zahlt keine Dividende, wenn ihr es euch nicht leisten könnt und dafür einen Kredit aufnehmen müsst. Sondern baut ein konstantes System auf, wo es euch auch noch in 20 Jahren gibt. So will ich zumindest investieren. Das wünsche ich mir von den Unternehmen. Ich hoffe, ich habe ein paar Fragen damit beantwortet. Und ich werde bestimmt so mal alle zwei, drei Monate ein kleines Update geben, wie sich mein Portfolio entwickelt hat. Vielleicht auch, warum ich die Aktie gekauft habe oder warum ich die nicht gekauft habe. Ebenso steht noch auf meiner Beiliste Wasseraktien. Also Unternehmen, die was praktisch Wasser abpumpen, abfüllen oder auch nachhaltig Wasser in Afrika oder sowas produzieren für die Bevölkerung dort. Und das auch ökonomisch ist ganz interessant. Oder Solarenergie. Da gibt es auch ein paar interessante Unternehmen. Werde ich mir auch angucken. Tesla zum Beispiel hat ja auch jetzt was gerissen. Ja, wenn Elon Musk twittert, Tesla ist überbewertet und die Aktie um 10% fällt. Ich weiß nicht, ob man da in Tesla investieren sollte, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall jetzt eh viel zu teuer. Werde ich vielleicht später noch mal ein Video dazu machen. Wenn es euch gefallen hat, leistet ein Like und ein Abo da. Aber ja, stimmt hier oben mal ab, ob ihr Kryptos habt oder ob ihr Aktien habt oder ob ihr beides habt. Könnt ihr mal machen. Interessiert mich sehr. Und damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.